Musik Sie sitzen hier in der ersten Reihe, Sie haben einen wunderschönen Platz ergattert, den werden Sie auch nicht mehr freigeben. Ja, hier bleiben wir sitzen. Schade eigentlich, ich wollte mich eigentlich anmelden, damit ich dann sitzen kann, wenn es losgeht. Wenn es keine Verlängerung gibt, um 20 Uhr den Platz bekommen. Ich wollte um 18 Uhr den Platz bekommen. Da haben Sie heute kein Glück hier. Damit lässt er nicht mit sich reden. Ja, so ist er halt. Ganz strange, ganz straight. Also ich bin echt. Sind Sie fake, alles nur fake, habe ich mir fast gedacht. Sind Sie nur kognito da? Dürfen Sie gar nicht? Nein, Sie dürfen das nicht, ich habe es tatsächlich nicht, weil ich mit der Dame hier bin. Er ist wieder mal mit seiner Geliebten hierher gekommen. Seine Frau darf es nicht wissen, ihr Mann auch nicht. Die Frau weiß es auch. Ja, es ist identisch. Seine Geliebten und seinen geliebten Töchtern. Ja, deswegen kommen wir heute nicht zusammen. Schade, ne? So ist das Leben. Viel Spaß für euch, ne? Macht's gut und passt auf den Vater auf, ne? So wegen Herzinfarkt und so, ne? Ja, weil er hat ja schon ein bisschen Ansatzgrau, ne? Danke für die Fürsorge, ja. Ja, weil ich kenne das, ne? Ich fährt ja meine Haro extra deswegen. Mach ich nicht. Ich stehe dazu, ich stehe dazu. Aber ich bin ja vor der Kamera. Ja, deswegen ist das ein Unterschied, ja. Gut, dann viel Spaß, ne? Ich bin ja auch. Untertitelung des ZDF, 2020